Achtung, für den Task Helping Hand benötigt ihr den Schlüssel für das Restaurant. Fliegt am besten von der Base in die Landungszone Charlie 1. Von dort aus kämpft euch vor bis zur Kreuzung, an der das Restaurant ist. Geht dann in den oberen Stock. Dort findet ihr die Tür, welche ihr aufsperren müsst. Auf einem Stuhl liegt dann hier das gesuchte Paket. Kämpft euch dann zurück zur Landing Zone Charlie 1 und kehrt zurück zu eurer Basis. Viel Spaß in Grey Zone Warfare, euer Küni.